Gentlemen, Sie befinden sich hier offensichtlich am SOS-Affen-Alarm-Tisch. Wenn Sie aber Bingo, Mühle oder Schach spielen wollen, dann gehen Sie zum Tisch links von hier. Wenn Sie Memory oder Dr. Biber spielen wollen, dann zum Tisch rechts von hier. Ah Gott, Gott, Mr. Bond. Also, mein Name ist Le Chiffre. Mein erstes Mal hier SOS-Affen-Alarm. Wer gewinnt, kriegt meine Frau. Also, Damen und Herren, Sie kennen die Regeln. Leider ist unsere Palme in Reparatur, deswegen müssen wir heute mit Karten spielen. Und immer wenn eine Affe fällt, dann legen Sie bitte eine Münze. Mr. Bond, Sie fangen an. Jetzt. Sag mal, hast du einen dicken Typen da gesehen? Er hat ganz schön was auf den Hüften, ne? Also, meine Damen und Herren, Sie sind bereits mit den Regeln vertraut. Also, auf den Stangen sitzt ihr Affen drauf und immer wenn einer fällt, dann ist es aus. Und ich habe leider gestern das gemacht. Ich habe zu sehr meine Palme gewählt und deswegen ist die ganze Spiel kaputt gegangen. Also, da ist dann alles rausgeflossen. Und nun, Läberwurst. Bin ich dran. Ganz so gut, in meiner Heimat gibt es auch Affen. Alle geleckt. Ich habe außerdem noch fünf zu Hause. Mr. Dick. Sind das Kartoffelchips? Nein, noch nicht. Fünf Tütenchips! Und Monsieur Le Chiffre? Äh, was haben Sie vor? Ein Sehen. Bierdeckel. Äh, das geht nicht, äh. Es geht doch. Ja, Mr. Bond, also ein Bierdeckel müsste dann gerade theoretisch 20 Affen entsprechen. Was machen Sie, Sie Oberaffe? Nicht doch lieber Schiffe versenken? Oder Halber? Oder kann das... Lieber Gott im Himmel! Oh Gott, wie kann man nur so fit sein? Wissen Sie, es kommt nicht drauf an, wie viele Affen man hat oder wie blutig das Auge sein kann, aber ich denke, so viele Bierdeckel werden Sie nicht aufwenden können. Und so viel Bier können Sie sicher nicht trinken. Also, bin ich im Boot, Herr Chiffre. Ab jetzt, Herr Chiffre, spielen wir Schiffe versenken. Alter, denn fett es gut an, oder? Naja, früher bei mir im Schwimmverein hieß es immer, Chiffre versenken. Ja, da haben mich alle nur unter Wasser getaucht. Das war nicht nett. Und ich lasse mich nicht mehr untertauchen. Das Chiffre hat gewonnen. Es ist getauft. Sechs A mal. Sechs A sind sechs Affen. Verstehen Sie? A wie Affen. Also, 435.688.433.08.1012 Affen. Ist die Lüftung an? Entschuldigung. Alter, was ist denn das für ein widerlicher Kerl? Der futzt dir einfach rum. Ich verlasse gleich einen Raum, Alter. Bitte halten Sie es in, oder gehen Sie auf die Toilette. Aber das geht nicht. Äh, hier meine Abmeldung. Ich verschwinde. Also, hier sind dann die Fotos von meiner Frau. Ich glaube, der Lüftchiffre wird gewinnen. Dickelchen? Butter. Butter sind fünf Affen. Wer hat Marmelade? Butter. Und ich glaube, der Lüftschiffre wird gewinnen. Das ist eine derizer, der Lüftschiffre wird gewinnen. Ich glaube, der Lüftschiffre wird gewinnen.